Heute sind wir einfach mal nach Ackron gefahren. Ackron ist in Ohio, im Mittelwesten der USA, eine sehr große Stadt und in der Nähe, da wohne auch ich. Ich wollte einfach mal wissen, wie die Großstadtkinder hier aufs Christkind warten und sich die Zeit vertreiben. Und die Stadt Ackron bietet den Kindern echt was. Einmal eine ganz tolle Eisbahn mit tollem Eis trotz Regenhäut und einmal den Reindeer Slide. Das ist die Hauptattraktion der Kinder und damit alles rund läuft, ist Chad hier an der Slidebahn. Und sie lieben, hier zu kommen. Sie gehen hier mit allen ihren Freunden und kommen durchs Rennen, Rennen, Rennen und Rennen. Und sie haben einen tollen Zeit. Sie können die Smiles auf ihrem Gesicht sehen. Es ist egal, ob wir Schnee haben oder nicht, sie kommen hier und haben einen guten Zeit. Merry Christmas! Danke, Chad. Und auch wieder zu Weihnachten! Tschüss! 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 Itaatsunen! Bis zum nächsten Mal.